Schneeweißes Haar bedeckt meine Schläfen, Falten und Furchen zeichnen mich unwiderruflich. Aber obwohl ich fünf Söhne besitze, hassen sie alle Papier und Pinsel. Aschuh ist 18, an Faulheit gleicht ihm kein anderer. Aschuhn ist 16, er verabscheut die schönen Künste. Jung und Tuan sind 13 und unterscheiden nicht 7 von 6. Tung Tse ist erst im 9. Jahr und hat nur Sinn für das Essen. Wenn mich der Himmel derart behandelt, was bleibt mir zum Trost als der Becher? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017